Ach, geht das schon wieder los. Aus Feuerwehrmann Stil. Ich fahre nun schon seit über 20 Jahren Bus. Und ich habe noch nie... Und ich fuhr schon einen Löschzug, als Sie noch im Trittauto saßen. Aus mit der Quasselkiste und rechts abbiegen. Links. Rechts. Links. Könnten sich die beiden Herren vielleicht mal einigen? Wir biegen links ab. Es ist mein Bus, mein Navigationssystem. Und ich bin immer noch der Fahrer. Für alle guten Höchsttreifen. Wenn wir ausscheiden. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das kann nicht stimmen. Festgefahren? Oh nein, da rührt sich nichts. Mir ist ziemlich übel. Tja, ich würde auch gerne etwas Nettes zum Besten geben. Aber laut meinem Gezeitenkalender hier wird die Flut an diesem Küstenabschnitt unmittelbar jetzt einsetzen. Ach du meinst. So viel zu den modernen Spielzeugen. Ich verstehe das nicht. Das Navi sollte garantiert fehlerfrei funktionieren. Was wollen wir jetzt tun? Wir rufen Feuerwehrmann Sam. Hier. Dazu brauchen Sie dieses moderne Spielzeug. Dankeschön, Trevor. Ja, das wurde auch Zeit. Ruhig bleiben, Elvös. Das wird eine Bewährungsprobe. Krabbenzangenbucht. Jede Sekunde zählt. Schnell, Penny. Was ist passiert? Der Bus. Festgefahren am Strand der Krabbenzangenbucht. Und die Flut wird gleich kommen. Alles klar. Penny und ich fahren mit Jupiter. Sag du Tom Bescheid, dass er uns dort treffen soll. Kein Problem, Sam. Gut reagiert, Elvis. Wirklich gut. Es wird doch noch ein Hauptfeuerwehrmann aus dir. Hauptfeuerwehrmann Cridlington. Das klingt gut. Vielleicht können wir ans Ufer schwimmen. Auf gar keinen Fall. Die Strömung ist viel zu gefährlich. Wir warten hier auf Hilfe. In 100 Metern anhalten und... Oh. Keine Angst, es wird alles gut. Feuerwehrmann Sam ist jeden Augenblick hier. Oh, mein Bauch. Ist er seekrank geworden? Oh, mein liebes, armes Pausbäckchen. Hm? Aha. Das ist doch Tom Thomas. Jetzt sind wir gerettet. Ein Hai. Sam ist da. Schnell, Sam. Der Wal braucht Hilfe. Los, Penny. Du fährst mit Venus vor. Und du führst uns hin, Mandy. Hoffentlich hält der Wal noch so lange durch. Bestimmt, Mandy. Das haben wir gleich. Ist das auch wirklich kein riesiger Hai? Nein, das ist ein Wal. Und Wale sind ganz freundliche Lebewesen, Norman. Sam, wie sollen wir ihn denn bitte zurück ins Meer kriegen? Es sind noch Stunden bis zur Flut. Ist doch kinderleicht. Wir rollen ihn da rein. Er ist leider überhaupt nicht leicht. Und er könnte sich dabei verletzen. Er übersteht das. Nicht wahr, Sam? Mit etwas Glück wird das schon klappen. Denkst du? Wir brauchen jetzt Neptun, Penny. Ist gut, Sam. Hallo, Tom. Sehr gut. Jetzt tun Sie so, als würden Sie ein großes Feuer löschen. Ich meine, einen riesigen Brand. Oh, ja, etwa so? Hm, könnten Sie vielleicht etwas mehr Aktionen hineinlegen? Geh aus, Feuer. Ich lösche dich. Grandios. Äh, wie wäre eine Situation mit der Axt? Und wenn ich die Stange runterrutsche? Ja, ganz ausgezeichnet. Gute Idee. Du meiner Treu. Sei ganz ruhig. Du bist bald wieder da, wo du hingehörst. Es ist jetzt soweit, Mandy. Alles klar. Verstanden? Gut so. Die Halterung lösen. Auf Wiedersehen, kleiner Wald. Vielen Dank, Tom. Meinst du, es wird ihm gut gehen, Sam? Mhm. Ganz bestimmt. Jetzt, wo er wieder bei seiner Mutter ist. Ich sehe sie. Los geht's. Hallo. Hallo. Oh, endlich. Da sind Penny und Sam. Ich übernehme das kleine Segelboot. Und ich übernehme Charlies Boot. Norman, wirf mir euer Tau rüber. Ich binde es an Charlies Boot. Mach ich, Sam. Und ich schleppe euch zusammen mit Neptun hier weg. Wir sind in ein paar Minuten wieder an Land. Oh, ich kann es nicht erwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Keine Angst, Sir. Ich werde sie da sicher runterbringen. Einen Schritt nur. Ich halte sie gut fest. Vorsichtig. Oh je, du meine Güte. Geht es Ihnen gut, Hauptfeuerwehrmannstil? Selbstreden, das geht mir sogar bestens. Für jemanden wie mich gehört so etwas zum Alltag. So Drachentesten meine ich. Und soll ich diesen Drachen hier zu Ihrem Neffen bringen, Sir? Auf keinen Fall. Der gehört mir. Da brauchen Sie sich gar nicht zu schämen, Sir. Das war nicht meine Schuld. Das war der Wind. Norman, ich sagte dir doch, dass du eine erwachsene Begleitperson mitnehmen musst, wenn du rausfahren willst. Das hatte ich doch. Komm schon, Norman. Du weißt genau, was Penny meint. Tut mir echt leid. Ich habe euch damit alle in Gefahr gebracht. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, Charlie. Und vielen Dank, Sam. Ach, na, das ist doch klar, Norman. Mach das nur ja nicht wieder, ne? Wenn die Steuerung wieder heil ist, darf ich dann vielleicht auch mal das große Boot fahren? Probier doch erst mal etwas weniger Gefährliches. Lass doch mal einen Drachen steigen. Ja, beim Drachen steigen lassen kommt man sicherlich nicht in Gefahr. Oh. Arme Gewinner-Tomate. Was soll ich denn jetzt nur mit dir tun? Oh, ich habe eine Idee. Was soll denn das mal werden, wenn's fertig ist? Das soll überhaupt nichts werden, Norman. Das ist Kunst. Oh. Ist das da dein Beitrag für die Blumenschau, Elvis? Überaus modern und gewagt. Oh nein, das ist Hauptfeuerwehrmann Steele's Tomatenstrauch. Oder war es eben noch? Und wo sind die Tomaten hin verschwunden? Alle abgefallen, als ich ihn hingeworfen habe. Das gibt bestimmt einen riesen Ärger. Nur keine Panik jetzt, Elvis. Ich bin schon in weit größeren Schwierigkeiten gewesen. Ich wüsste, was zu tun ist. Tja. Bin ich ein Genie oder bin ich ein Mega-Genie? Ja, aber man sieht die Klebestreifen an den Tomaten doch ganz genau. Das merkt keiner. Man muss den Strauch nur hinter was ganz Großem und ganz Hässlichem verstecken. Und ich wüsste auch genau, was das sein könnte. Was für ein Prunkstück, hm? Das brodelt auch wie in einem Vulkan da drin. Dann gräbst du den Kompasstaufen jetzt endlich mal um? Schließlich hat Sam vorhin gesagt... Nicht jetzt, Mandy. Ich hab keine Zeit. Es wird nämlich allerhöchste Zeit, dass die Blumen- und Gemüseschau beginnt. Also, nun stellt sich das wieder vor. Hast du so etwas schon mal gehört? Zu dumm, Gewinner-Tomate. Du wirst den ersten Preis kaum noch gewinnen können. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wo ist meine Tomatenpflanze? Oh, tja. Ich habe sie im Schatten, steht sie. Damit sie keinen Sonnenbrand kriegt, Sir. Oh, clever mitgedacht, Quiddlington. Hallo zusammen. Wo darf ich meine Küchenkräuter hinstellen, Mike? Hier vorn, Gwendoline. Und wann wird Sam die Sachen begutachten? Er wollte noch die Schläuche in der Feuerwache aufrollen. Doch er muss jeden Moment kommen. Also dann, kommt jetzt alle mal her. Ich möchte euch alle auf das Herzlichste zu meiner Blumen- und Gemüseschau begrüßen. Danke, dass ihr hier seid. Es war viel vorzubereiten, aber nun kann ich voller Stolz sagen... Dad! Dad! Der Komposthaufen! Jetzt doch nicht, Mandy. Aber nun möchte ich mit Stolz feststellen, dass die ganze Arbeit... Oh nein! Da! Der Haufen! Er brennt! Das ist unglaublich! Holt Feuerwehrmann Sam! Hier, Norman, damit du nicht verhungerst! Ah, danke, Mom! Wir sind fast da! Das ist Sam! Sam ist da! Hol ihn da raus, Sam! Oh, das kannst du doch! Selbstverständlich, Dillis. Na los, Penny. Du sicherst das Seil dort an diesem Pfosten und ich schaue nach unseren Norman. Hör zu, Norman! Ich werde mich in den Brunnen abseilen, um dich da rauszuholen. Ist gut, Sam. Ich hab es. Ganz vorsichtig, Sam. Oh! Ist er nicht mutig? Ich hab alle Münzen verloren. Das ist halb so schlimm, Norman. Was hast du nur in dem Brunnen gesucht, Norman? Es tut mir leid, Mom. Es ist noch so furchtbar lange hin, bis ich Geburtstag habe. Na, und als ich hörte, dass der Brunnen voller Geld ist, wollte ich mir damit ein neues Skateboard kaufen. Oh, du bist ein sehr ungeduldiger junge Norman Price. Ich weiß. Entschuldige. Das musst du verstehen. Ich mochte mein Skateboard ebenso gern. Deshalb habe ich hier etwas für dich. Danke, Mr. Evans. Nur wenn du das einhältst. Keine Brunnen-Exkursionen und kein Skateboardfahren im Laden deiner Mutter. Nie wieder. Versprochen. Nun kommen Sie schon. Was war es, das Sie sich gewünscht haben, Trevor? Ich wünschte, Sie würden andere Sandwiches zum Picknick machen. Ich mag keine Krabbenpaste. Oh. Du schaffst das, Elvis. Keine Angst. Schau ich da runter, wird mir ganz kunterbunter. Hab ja ein Helm fest auf, fall ich auch aus. Ja, ganz große Klasse, Elvis. Und jetzt muss sich nur noch einer von uns abseilen. Der Hund von da oben abseilen. Da lachen ja wohl die Hühner. Nicht, Schnuffi, süßer. Ich? Wie, abseilen? Es ist doch geradezu überlebenswichtig für den modernen Brandbekämpfer. Wir fangen jetzt damit an, die Kisten einzusammeln und zu sichern, Tom. Schau du bitte, ob du noch mehr entdecken kannst. Alles klar, Sam. Schon unterwegs. Eins, zwei, drei. Hopp. Sam, bitte kommen. Da dümpeln noch ein paar Kisten genau südlich von euch rum. Verstanden, Tom. Und wie ist die Situation am Strand? Bestens. Elvis und Charlie haben alles unter Kontrolle. Ähm. Äh. Hier sind wir aber schon mal lang gekommen. Mr. Evans sagte doch, wir sollten seiner Nase folgen. Aber anscheinend weiß seine Nase den Weg überhaupt nicht, was? Aber was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt, James, machen wir natürlich unser Picknick. Ich wusste, dass euch das gefallen wird. Na denn, wer von euch hat das Essen? Wir dachten, sie hätten es. Ich? Nein. Aber ich doch nicht. Oh. Das ist der blödeste Ausflug aller Zeiten. Halt, 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 halt. Wir verlieren doch nicht die gute Laune. Wir haben immer noch Spaß, oder nicht? Aber wir haben überhaupt nichts zu essen. Pah. Wer braucht schon was zu essen? Ich zeige euch, was neue Kraft gibt. Oh. Er denkt an seine Ukulele, aber vergisst das Essen mitzunehmen. Und die Pendipfadfinder sind wir. Ganz kühn und wild, das ist mein Elixier. So ruft es dreimal laut heraus mit mir. Kommt, Kopf hoch, alle zusammen. Und die Pendipfadfinder sind wir. Jurei. Gut, ich denke, das war's soweit. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Das habt ihr wunderbar gemacht. Es gibt Tee? Mh. Und Kekse auch. Na kommt, Pfadfinder. Sicher, ich habe die Karte verloren und ihr habt das Essen vergessen. Hey, Sie haben das Essen vergessen. Aber wir haben viel Spaß. Nicht wahr? Tja, ähm, ihr werdet euch freuen. Ich habe das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Tada! Eine Seilbahnrutsche. Na, ich sagte doch, dass wir Spaß haben würden. Sam hat das vorhin eingerichtet, um euch zu überraschen. Ich will aber zuerst. Nein, ich will zuerst rutschen. Mr. Evans, wenn jemand zuerst rutscht, dann ich. Ich weiß nicht. Wenn Sam jetzt hier wäre, würde er uns das zuallererst vormachen. Äh, würde er? Auf jeden Fall. Ein guter Pfadfinderleiter sollte immer vorausgehen. Sie haben doch keine Angst, oder, Mr. Evans? Sollten Sie die haben, würde ich zuerst da lang rutschen und die Leitung übernehmen. Nein, Norman. Ah, ich tue es. Das sieht übel aus. Ich rufe lieber Hilfe. Es wäre sehr schade, wenn Elvis geht. Oh, äh, ein Moment, Sam. Ein Baum wurde vom Blitz getroffen. Wir müssen uns beeilen, sonst wird daraus noch ein richtiger Waldbrand. Ich werde Tom anrufen. Gute Idee, Sam. Nur dumm, dass Quiddlington nicht hier ist. Wir könnten jetzt jede Hilfe gebrauchen. Ah. 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 Wo bleibt denn der Bus? Hi. Kann ich ein Autogramm von dir haben, Elvis? Oh, klar, James. Oh, du hast dir auch ein Autogramm von Sam geholt. Ja. Sam rettet Menschen. Er ist ein Held. Und er darf immer mit Jupiter herumfahren. Schade. Das kannst du ja jetzt nicht mehr, Elvis. Nein. Da hast du wohl recht. Sam, anhalten! Was ist denn los, Sam? Im Wald brennt ein Baum und wir fürchten, das Feuer könnte sich ausbreiten. Oh, also was Ernstes. Vielleicht sollte ich euch lieber helfen. Aber was ist mit deiner Fernsehshow? Ich bin immer noch zuerst Feuerwehrmann. Wow. Da ist Feuerwehrmann Sam. Ja, und da kommt auch Tom. Cool. Hey, geht's euch auch gut? Also ich fühl mich ein bisschen schwach. Ein belegtes Brot könnte mir helfen. Ach, aber doch nicht jetzt. Mit Toms Hilfe schaffen wir es. Jetzt ist es zu spät, noch rechtzeitig zu deiner Fernsehshow zu kommen. Nicht, wenn wir mit dem Hubschrauber fliegen. Spring schon rein, Elvis. Wow. Fantastisch. Ganz genau wie ein echter Superstar. Warte doch, Elvis. Du hast was vergessen. Viel Glück. Wir werden dir alle zuschauen. Danke. Wir sehen uns morgen früh zum Dienstbeginn, Penny. Wann kommen die anderen denn endlich? Ich habe schon solchen Hunger. Ach, die kommen schon noch, Mandy. Ich weiß. Norman kann uns doch so lange seine Geistergeschichte erzählen. Na gut. Aber das ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist ganz in echt passiert. Na klar, Norman. Jetzt erzähl schon die Geschichte. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Halloween. Der Geist von Pontipendi wanderte mit seinen klappernden Ketten durch die leeren Gassen und heulte. Uuuuh. Das klingt aber mehr nach einem Seehund. Und der ganz in weiß gekleidete Geist wanderte den Berg hinauf zu dem Haus, in dem er einst wohnte. Dieses Haus. Er ging einfach so durch die Wand und direkt ins Wohnzimmer. Und dann ging er rüber zum Fenster. Und dort nahm er dann seinen Kopf ab. Norman, du bist ein Spaßvogel. Und dort steht der Geist jetzt auch. Und er starrt euch alle an. Na los. Wenn ihr euch traut, dann dreht euch doch mal um. Na gut. Oh nein. Oh nein. Der Kürbis brennt. Ruf Feuerwehrmann Sam. Oh, ein Feuer im Haus von Mike Flatt. Oh je. Ein Feuer im Haus der Flatt. Beeilt euch. Geht es um Mikes Halloween-Feuer, Sir? Ich fürchte, das Feuer ist außer Kontrolle geraten. Wir wollten nach Dienstschluss auch auf die Halloween-Party gehen. Also, dann könnte ich doch auch gleich mitkommen, nicht wahr? Ja. Hoffentlich kommen Sie bald. Ja, hoffentlich. Da kommt Sam. Geht es um das Lagerfeuer? Nein, das Wohnzimmer brennt. Setzen wir die Atemgeräte auf, Männer. Und jetzt Wasser marsch. Das Feuer ist gelöscht. Na, James? Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du warst schon wieder schneller. Gut gemacht. Vielen Dank, Sam. Aber du solltest dich lieber nicht überschätzen, wenn du anderen hilfst. Manchmal braucht man viel Erfahrung, um Leute sicher zu retten. Verstanden, Feuerwehrmann Sam. Ah, Zeit, was zu essen. Egal was. Hauptsache gebraten. Na, wollen mal sehen. Wir haben Tomaten, Speck. Oh, und ein paar Würstchen. Ich nehme alles. Ich muss Feuerwehrmann Sam rufen. Ach du meine Güte. Mike Flatt hat die Küche in Brand gesetzt. Ein Feuer im Haus der Platz. Jede Sekunde zählt. Oh nein. Sie sind ja längst alle nicht mehr hier. Ich bin jetzt schon wie ein richtiger Feuerwehrmann. Nur durch mein tolles Funkgerät. Einsatz zentral an Jupiter. Oh, schon wieder ein Notruf. Meinst du wirklich, du solltest da zuhören? Könnt ihr mich hören? Die Küche der Platz steht in Flammen. Ihr müsst so schnell, ihr könnt da hinfahren. Habt ihr verstanden? Wir sind unterwegs, Sir. Für Feuerwehrmann James ist nicht zu schwierig. Warte, James, nicht. Na, nü, na, 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 nü. Wie schrecklich. Das ist ja ein riesiges Feuer. Vielleicht ist Mike noch da drin. Ich muss ihn schnell rausholen. Oh nein. Mike. Ja, Hauptfeuerwehrmann Stil. Ich bin jetzt draußen und in Sicherheit. Ja, das ist gut. Nur nicht wieder hineingehen. Das könnte sehr gefährlich werden. Hallo, Mike. Hast du vielleicht James gesehen? Nein, Sarah. Hilfe. Hilfe. Ich komme hier nicht raus. Er ist da drin. Ja, aber... Oh nein. Oh, ähm... Ah, da ist Feuerwehrmann Sam. Der weiß schon, was zu tun ist. Feuerwehrmann Sam. James ist da in dem Haus. Was? Verflixter Funkenflug. Los, Beeilung. Schutzmasken auf. Alles klar. James, wo bist du? Im Wohnzimmer. Ich kann nichts mehr sehen. Elvis, du schaltest den Strom raus. Ich kümmere mich um James. Hallo? Hey, kann mir jemand helfen? Ist da niemand? Hallo? Mehr nach links. Mehr nach rechts. Soll ich hochkommen und helfen, Sam? Danke. Das letzte Stückchen schaffe ich auch noch, Sir. Nur keine Sorge, Mike. Ich hole Sie da runter. So schnell können Sie gar nicht gucken. Was mich an den Vorfall erinnert, als wir mal eine Kirche evakuiert haben. Nur wegen einer Blindschleiche. Ich fuhr hier zufällig vorbei und fand ihn genauso vor. Oh, kannst du dich da nicht irgendwie herauswinden, mein Schatz? Habe ich versucht, Mom. Es liegt an seinen Ohren. Oh, Norman. Du bist noch viel schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe. Ich denke, wir sollten lieber Feuerwehrmann Sam rufen. Ja, ich habe natürlich mein extra dickes Unterhemd angezogen. Ich muss Schluss machen, Mom. Norman hat seinen Kopf in einem Gitter festgeklemmt? Ich bin gleich bei dir. Vorsicht, eile mit Weile. In der Ruhe liegt die Kraft. Wie bitte? Ein weiterer Rettungseinsatz. Jemand hat sich den Kopf eingeklemmt? Keine Sorge, damit werde ich allein fertig. Oh, Herr Esser, ihr braucht mich hier. Oh, nein. Machen Sie nur. Wir bringen das hier zu Ende, Sir. Sam hat es geschafft. Dad ist gerettet. Oh, vielen Dank, Sam. Ja, danke, Sam. Aber wo wir doch gerade hier sind, kann ich nicht schnell die Antenne wieder anbringen? Lassen Sie mich durch. Geben Sie den Einsatzkräften Raum. Norman Price. Wer wohl auch sonst? Ach, hallo, Hauptfeuerwehrmann Stil. Bitte helfen Sie meinem Jungen. Meinen Sie, Sie können ihn frei bekommen? Treten Sie beiseite und lassen Sie mir bitte etwas Platz, ja? Da muss ich an einen Jungen denken, dessen Kopf steckte fest in einem Gartentor. Nur war sein Kopf mir so eingeklemmt. Ja. Äh. Oh. Oh, nein. Nein, 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 nein. Hilfe, ja, ich hänge fest. Los. Ziehen Sie. Ja, oh, oh, nicht da dran, Mister. Das liegt an seinen Ohren. Die stehen noch mehr ab als meine. Oh, das ist alles so lächerlich. Richtige Hilfe muss kommen. Es ist ein Unglückstag, mit mehr Pech als genug. Geld verloren, der Zahnarzt hat Bohren und mein Bein ging zu Bruch. Ah, der Kuchen wird warten müssen. Schon wieder. Verirrter Junge in den Bern. Norman Price meint zu wissen, wo er sich befindet. Holt ihn bitte beim Sparpreissupermarkt von Mrs. Price ab. Da sind Sie ja. Los, Norman, beeil dich. Los, spring rein, Norman. Hör vorsichtig, Sam. Nach der Karte, die ich ihm gezeichnet hatte, muss er hier sein. Aber er ist hier nirgendwo zu entdecken. Wir sollten die Sirene ausstellen. Vielleicht können wir ihn dann rufen hören. Hilfe! Was ist das? Ich glaube, ich kann ihn hören, Sam. Hilf mir! Hilfe! Hilfe! Bleib ruhig, Derek. Feuerwehrmann Sam holt dich ganz schnell hier hoch. Vorsicht! Die Steilwand bröckelt schon. Wir müssen ihn schnellstens hochholen. Mit vereinten Kräften. Genauso wie wir als Team deinen Schlüssel geangelt haben. Nur bin ich diesmal der Haken. Passt auf. Elvis, du steuerst die Windel. Und Penny? Du gibst ihm Anweisungen. Kein Problem, Sam. Vorsicht! Nicht ganz so schnell, Elvis. Sam ist fast da. Und stopp! Perfekt! Derek, du musst dich jetzt an mir festhalten. Wir werden gleich oben sein. Ach, danke. Ja, er hat ihn, Elvis. Zieh die beiden hoch, aber schön gleichmäßig. Das hätten wir. Wieder in Sicherheit. Norman, wolltest du Derek nicht noch irgendetwas sagen? Es tut mir sehr leid. Das stimmte alles gar nicht mit den Blumen. Und die Karte war auch erfunden. Ich wollte, dass Mom denkt, dass ich ihr Goldschatz bin. Nur ich allein. Und nicht du. Halb so schlimm. Das verstehe ich ja. Eigentlich war es sogar ganz lustig. Du verzeihst mir? Aha. Au! Toll! Du hast ja einen Handschocker. Kommt jetzt, ihr Scherzbeutel. Wir bringen euch heim. Und dann können wir endlich meinen Kuchen essen. Hm. Hä? Warte, ich halte ihn fest, Sam. Gut gemacht, Trevor. Ich kann mich nicht mehr lange halten. Mike! Mike! Geht's dir auch gut? Ja, alles klar. Mir geht's gut. Dank Sam hier. Da hast du aber Glück gehabt. Hast du die Regenrinne denn nun repariert? Und? Wie findest du das? Ist das alles? Ähm. Oh nein. Das ist längst nicht alles, Sarah. Ähm. Mike braucht jetzt eine schöne Tasse heißen, süßen Tee. Wenn Sie schon mal dabei sind, nehme ich auch einen, Tillis. Na noch? Oh nein. Ich habe die Handbremse nicht angezogen. Bleibt hier. Ach. Hä? Recht vielen Dank, Sam. Gut, dass du heute frei hast. Denn sonst wärst du ja nicht da gewesen. Und jetzt? Tja. Ähm. Schau her. Oh je. Ach, was für eine Riesenaufregung. Aber ich muss jetzt weiter. Ja, ich habe auch noch so einiges zu erledigen, Mike. Hilfe! Ich stecke fest. Norman! Oh, noch ein Notfall. Hilfe! Mom, meine Füße stecken hier drin fest. Oh, Norman, was hast du da nun wieder angestellt? Das ist schnell trocknender Zement. Der ist schon nach ein paar Minuten fest. Keine Sorge, Norman. Das haben wir gleich. Norman Price, was hast du dir nur dabei gedacht? Entschuldige, Mom. Dabei will ich doch nur ein klein wenig Ruhe und Frieden. Das klingt nach einem Rauchmelder. Und das klang nach einer geplatzten Spraydose. Oh, mein Laden! Ich muss gleich die Feuerwehr anrufen. Halt! Man darf niemals ein brennendes Gebäude betreten, Dillis. Keine Sorge, Sam. Ich könnte sie auch von uns aus anrufen. Es geht ganz bestimmt schneller, wenn ich zur Feuerwache laufe und Hilfe hole. Beeil dich! Hallo, Feuerwehrmann Sam. Ich wollte gerade... Entschuldige, James. Ein Notfall. Ich bringe es dir wieder zurück. Wow! Ich verstehe das einfach nicht. Ich dachte, dass wir heute alle Hände voll zu tun hätten. Meiner Träum. Was für eine außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung wie einen Feuerwehrmann. Ich erkläre es später. In Dillis Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Was? Endlich gibt es was zu tun. Eine echte Meisterleistung. Ich hole ihn da schon wieder raus. Hier, Kitty, 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 Kitty. Wir bräuchten was zu fressen, um Tiger rauszulocken. Gute Idee, Sam. Ja, irgendwas mit Fisch. Hervorragend. Aber ich war gar nicht einkaufen. Der Kühlschrank ist ganz leer. Nein. Haben Sie vielleicht etwas mit Fisch, Sir? Äh, na ja, ich hätte da wohl noch meinen Thunfisch-Sanwich, nehme ich an. Oh, Zeit für das Picknick. Oh, Steine. Norman, wach auf. Was? Kein Wunder, dass der Korb so schwer war. Diese doofen Mädchen haben ihn mit Stein gefüllt. Jetzt vergiss doch mal das Picknick. Wo sind wir? Oh, wir müssen von der Küste weggetrieben sein, als wir schliefen. Alte! Jungs sollen bessere Piraten sein als Mädchen? Pah, ob sie die Steine schon gefunden haben, Kapitän Sarah? Klar, aber ich kann die beiden nirgendwo im Hafen entdecken, Mandy. Sie müssen weit aufs Meer hinausgefahren sein. Na, ihr Piraten, habt ihr schon Schiffe entdeckt? Nein, Dad, das ist ja das Problem. James und Norman sind irgendwo da draußen auf dem Meer, in ihrem kleinen Boot. Das Meer mag ruhig aussehen. Aber man kann leicht hinaustreiben, wenn man nicht genug aufpasst. Ich rufe besser Feuerwehrmann Sam. So ist es, brav Tiger. Lebe wohl, Sandwich. James und Norman aufs Meer hinausgetrieben? Zwei Jungs sind aufs Meer hinausgetrieben. Das ist ein Fall für Neptun. Vielleicht sollten wir Tom Thomas und seinen Hubschrauber zur Hilfe holen, Sir. Das werde ich erledigen. Du kommst auch mit, Tiger. Gwendoline fragt sich sicher schon, wo du steckst. Ich bin der Kapitän und ich sage, wir rudern zur Küste. Aber wir wissen doch gar nicht, wo die Küste ist. Nachher rudern wir noch in die falsche Richtung. Au! Oh, hoffentlich ist nichts passiert. Mach dir keine Sorgen. Sam findet sie schon. Tiger sitzt in einem Keller voll Wasser fest. Und Mike sitzt mit ihm da drin? Holt mich hier schon raus, damit wir ihn befreien können. Aber die Tür scheint zu klemmen. Penny hat recht. Ich kann sie auch nicht öffnen. Soll ich vielleicht die Axt nehmen? Nein, nein, nein. Kümmert euch nicht um mich, sondern befreit erst mal Mike aus dem Keller. Der braucht eure Hilfe nötiger. Tja, wenn Sie es so wollen, Sir. Auf geht's. Los. Viel Glück. Hoffentlich ist Mike nichts passiert. Ich will doch heute Abend mit ihm singen. Keine Sorge, Elvis. Euer Duett wird bestimmt toll. Mir nach. Gut. Diese Tür ist es. Okay. Mike, tritt bitte etwas zurück. Ich werde jetzt die Tür aufbrechen und zwar mit meiner Axt hier. Alles klar, Sam. In den Eimer, Tiger. Da bleibst du trocken. Wir sollten das Wasser abstellen. Und schon mal die Wasserpumpe holen. Nein. Immer eins nach dem anderen. Erst müssen wir sicherstellen, dass Mike da drin auch nichts passiert. Hey, Mike. Bist du jetzt auch weit genug von der Tür weg? Äh, ja, Sam. Nimm meinen Arm, Mike. Gut gemacht, Sam. Ja. Tiger ist in Sicherheit. Du bist sehr ruhig geblieben, Sam. Und du hast eins nach dem anderen getan. Ach, das hätte ich auch tun sollen. Dann wäre uns das erspart geblieben. Keine Sorge. Das kriegen wir wieder hin. Trotzdem. Vielen Dank, Feuerwehrmann Sam. Jetzt komm, Mike. Es wird langsam Zeit, dass wir unser Duett singen. Jetzt warte doch mal kurz, Elvis. Immer eins nach dem anderen. Schon vergessen? Gut. Dann drehe ich den Hauptwasserhahn zu. Elvis und ich werden das Wasser aus dem Keller rauspumpen. Und ich werde mal die gute Mrs. Steel aus dem Schrank befreien. Und dann können wir uns nachher alle zu dem großen Duett von Elvis und Mike treffen. Na los. Ja. 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 Pitsch, Patsch, ja das Waschen macht Spaß. Patsch, Pitsch, fühle mich wie ein Fisch. Pitsch, Patsch, ja das ist doch ein Klatsch. Wir singen das Pitsch-Patsch-Lieb, das geht Pitsche-Patsch. Ja. Hurra. Hurra, hurra. Ganz wundervoll, Jungs. Ich meine gut gemacht, Männer. Lauf schon. Husch. Mach schon. Schafe treiben. Lauf hinter ihnen her. So geht das. Rauf, 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 rauf. Ist ganz leicht. Schnuffi versteht davon doch keinen Ton. Du musst ihm Kommandos geben. Das mache ich ja, Mandy. Ähm, zusammentreiben, Schnuffi. Du weißt schon, retten. Stopp, nicht da lang. Bleibt hier. Komm zurück. Halt. Schnuffi, Beifuß. Komm zurück. Die werden wir niemals wieder einholen. Oh. Oh, gerade noch so. Was war das? Schnell. Oh nein, Dad. Bist du verletzt? Nein, nichts passiert. Aber ich komme nicht raus. Die verflixte Tür. Feuerwehrmann Sam kriegt die wieder auf. Das auch noch. Ich habe mein Handy vergessen. Ich weiß was. Wir schicken Schnuffi los. Ähm, los, hol schnell Hilfe, Schnuffi. Weißt du? Nee, 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 nee. Sam, beeil dich. Sam hatte recht. Schnuffi ist ein wirklich klasse Rettungshund. Aber überhaupt kein Hirtenhund. Schnuffi, was willst du denn hier? Wo sind Mandy und Norman? Stimmt irgendwas nicht? Ich sage Feuerwehrmann Sam Bescheid. Norman und Mandy sind in Schwierigkeiten. Schnell wie immer, Sam und Penny. Schnuffi kam ganz allein zurück zum Haus der Platz. Helen denkt, dass es vielleicht einen Unfall gegeben haben könnte. Wie ich Schnuffi kenne, könnte sie durchaus recht haben. Helen soll Schnuffi unbedingt festhalten. Wir sind unterwegs. Vorsicht! Vorsicht! Das war knapp. Vielleicht haben die streuenden Schafe etwas mit dem Notruf zu tun. Gefunden! Du hast dich ja gar nicht versteckt, Mandy. Norman! Sieh dir das an! Eine Leuchtrakete! Wow! Diese Dinger sind echt toll! Wenn man sich verlaufen hat oder so, dann zündet man sie an und sie steigen ganz hoch in den Himmel auf. Und dann kommt jemand und du wirst gerettet. Wo hast du die denn gefunden? Sie lag da! Da im Gras! Cool! Zünden wir sie an! Was? Hurra! Wir machen unser eigenes Feuerwerk, Mandy! Also, ob das so eine gute Idee ist? Nein! Das ist eine tolle Idee, ja! Vielleicht sollten wir sie Feuerwehrmannsherren geben. Ach, jetzt sei doch keine Spielverderberin. Komm mit! Ich weiß einen Ort, wo wir sie loslassen können. Ach, dieser Tom. Wo steckt er denn nur bloß? Na, dann fange ich eben ohne ihn an. Er wird ja sicher jeden Moment hier sein. Hier! Ja, das ist doch wohl ein toller Ort, um sie anzuzünden, oder? Immerhin ist hier kein Mensch in der Nähe. Nur ich, du und die Rakete. Bist du auch sicher, dass das nicht gefährlich ist? Mandy, du klingst schon genau wie meine Mom. Wie soll denn etwas gefährlich sein, womit man sonst Menschen rettet? Hm, da hast du recht. Hm. Was? Oh nein! Das Seil hat sich verfangen! Oh Mann, ich hänge fest! Ganz ruhig, Penny. Ich werde einfach Tom anrufen. Ja, genau. Ach, das war dumm. Sieht so aus, als müsste ich noch etwas lauter rufen. Hilfe! Hilfe! Kann mich irgendjemand hören? Alles, was ich tun muss, ist, diesen Knopf zu drücken. Na los jetzt, Mandy. Mach schon. Nein. Du traust dich wohl nicht. Was, Mandy? Feigling. Angsthase. Es geht nicht darum, dass ich sie nicht anzünden kann. Sondern, dass ich sie nicht anzünden will. Und es ist mir egal, ob du mich für cool hältst oder nicht. Hilfe! Oh, hör nur. Da ruft jemand um Hilfe. Hilfe! Hilfe! Ich hänge fest! Das kommt von den Klippen. Na los, Norman! Hilfe! Hilfe! Hier oben! Oh, das ist Penny! Was für ein Glück, dass ihr hier seid. Ich hänge fest. Wir müssen sofort Hilfe holen, Norman. Moment mal. Was hast du da in deiner Hand? Äh, eine Leuchtrakete. Was? Aber das ist kein Spielzeug. Die haben wir gefunden. Ich wollte sie eigentlich gerade Feuerwehrmann Sam bringen. Das ist gut. Aber im Moment können wir sie hier besser gebrauchen. Würdest du sie mir bitte hochwerfen, Mandy? Ich? Oh, wird gemacht. Jetzt brauchen wir Feuerwehrmann Sam. Oh, bei Trevor Evans Wettgrillfest hat ein Baum Feuer gefangen. Beeilung, Leute! Auf dem Grillplatz ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hoffe, ihr habt bei der Besprechung heute Morgen gut aufgepasst. Tja, Elvis. Sieht aus, als würdest du schneller als erwartet an die Würstchen kommen. Na, hoffentlich sind noch welche übrig. Da sind ja Sam und die anderen. Welch ein Glück. Ich denke, dafür brauchen wir beide Schläuche, Penny. Wird gemacht, Sam. Alles klar, Elvis. Wasser Marsch! Sam, da drunter! Da steht eine von diesen Gasflaschen. Die könnte jeden Moment explodieren. Vollkommen richtig, Elvis. Sorg dafür, dass alle auf Abstand bleiben. Und ich bringe den Brand hier unter Kontrolle. Das ist sicher das Beste, Sam. Bitte geht alle weiter zurück. Penny, du musst auf die Gasflasche halten und sie weiter abkühlen. Ich werde das restliche Feuer löschen. Schon klar, Sam. Bin dabei. So, Feuer gelöscht. Darf ich nachsehen, ob von den Riesengarnelen und den Würstchen noch was übrig ist, Feuerwehrmann, Sam? Tut mir leid, Norman. Es kann ziemlich lange dauern, bis sich eine Gasflasche abkühlt. Und so lange ist es zu gefährlich, sich ihr zu nähern. Oh, dann werde ich die restlichen Würstchen mit nach Hause nehmen müssen. Und ich meine Riesengarnelen ebenso. Aber ich bin so hungrig. Ich habe nicht ein Bissen abbekommen, weder von den Garnelen noch den Würstchen. Ich denke, ihr solltet von den Bäumen mehr Abstand halten beim Grillen und vielleicht ein bisschen weniger Grillkohle. Ach, du hast völlig recht, Sam. Ach, das war aber auch meine Schuld, Trevor. Ich habe zu sehr angegeben. Und jetzt hat keiner was von den Würstchen. Oder meinen Riesengarnelen. Nicht so voreilig. Dieses Ölfass bringt mich auf eine Idee. Na bitte, jetzt klappt es ja doch noch. Perfekt für Trevors Würstchen und Toms Riesengarnelen. Ihr werdet diesmal allerdings zusammen grillen. Schon verstanden. Danke, Feuerwehrmann Sam. Entschuldigt, dass wir euch schon wieder rufen mussten. Ach, kein Problem. Ein Einweggrill hat das Feuer verursacht. Ich hatte einen Eimer Wasser draufgekippt, damit er ausgeht. Es ist immer besser, nochmal nachzuschauen, um ganz sicher zu gehen. Weißt du, was du tun solltest, wenn ihr gleich auf der Wache seid, Elvis? Mach Penny einen schönen Becher heiße Zitrone. Sehr gute Idee, Gwendoline. Das Meer ist ganz leer, Dad. Wir haben noch nicht mal einen einzigen Fisch. Wir versuchen es mal woanders. Hey, da hat einer angebissen. Das muss ein Riese sein. Alle zusammen, hoch damit. Los, Gott. Dad, irgendwas hat sich in der Schraube verfangen. Oh nein, der Motor ist kaputt. Aua. Und mein Fisch ist weg. Ich muss ganz schnell Hilfe rufen. Schon wieder. Ein Unfall auf hoher See? Oh, Familie Jones schon wieder. Und jetzt? Ratet mal, wer uns ruft. Die Jones. Die ganze Familie ist in Seenot. Also nichts wie los, Penny. Ich glaube, dir geht es wirklich nicht gut genug für den Einsatz, Penny. Meinen Sie nicht, ich sollte lieber hinfahren, Sir? Hoppa la popp. Quiddlington, dafür ist eindeutig Penny zuständig. Sie ist unsere Expertin für Neptun. Gut. Ich erledige diesen letzten Einsatz. Und dann gehe ich nach Hause. Wie du meinst. Die Sirene hört ja gar nicht auf. Es hat keinen Zweck, Schnuffi. Ich kann so nicht einen Moment länger hierbleiben. Du schaffst das, Penny. Du kannst das doch. Nur noch diesen Einsatz. Tü. Was soll ich nur tun? Ich bring doch alle in Gefahr. Es tut mir wirklich leid, Sir. Ich bin zu krank, um den Einsatz durchzuführen. Sie müssen Sam Bescheid sagen. Verstanden, Penny. Bleib ja da, wo du bist. Hilfe ist schon unterwegs. Elvis, sag Tom, er soll mit dem Hubschrauber zum Hafen kommen. Ich gebe Sam Bescheid, ihn dort zu treffen. In Ordnung, Sir. Sam. Ja, Sir. Ja. Das war jetzt aber eine ganz schöne Arbeit. Also gut, Charlie. Was steht als nächstes an? Wobei kann ich dir helfen? Ach, Sie könnten nachsehen, wie viele Hummer und Krabben in den Körben sind. Ja, wird gemacht. Oh, ach so. Nicht reinfassen, ohne vorher nachzusehen. Sonst könnte es vielleicht passieren, dass Sie von einer Kasse... Oh, ja. Weg, weg, weg. Oh, warten Sie. Ich helfe Ihnen. Oh, mein Gott. Ach, wie schade. Das war ein sehr guter Fang. Charlie, bisher war ich keine große Hilfe, was? Nicht so richtig. Na ja, eigentlich kenne ich mich mit dem Meer doch nicht so gut aus, verstehst du? Und ein Experte bin ich erst recht nicht. Wieso haben Sie es dann gesagt, Sir? Na ja, weil ihr mich alle dafür gehalten habt. Ich, ich, ich wollte euch einfach nicht enttäuschen. Also, äh, was steht jetzt als nächstes an, Kapitän? Angeln. Ei, ei, Sir. Den ganzen Nachmittag über hat nicht ein einziger Fisch angebissen. Da wird Gwendolyn aber sehr enttäuscht sein. Na gut. Wir sollten uns besser langsam auf den Rückweg machen. Ja. Oh, ey. Das klingt aber nicht gut, Charlie. Ah. Der Treibstoff ist alle. Gut, dass ich in der Kabine einen Ersatzkanister habe. Ich hab einen. Tja, dann ziehen Sie ihn mal raus, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Oh, falscher Arm. Feuer! Zurücktreten, Charlie. Jetzt heißt es Ruhe bewahren. Ziel damit direkt auf das Feuer. Gute Arbeit, Charlie. Oh. Der Motor ist hinüber. Es sieht aus, als müssten wir Hilfe rufen. Feuer auf Charlies Boot? Der Motor ist kaputt und sie kommen nicht an Land? Du bleibst hier und hältst die Stellung. Penny und ich müssen raus aufs Meer. Ist gut, Sam. Viel Glück. Kein Tiger. Und jetzt fehlen auch noch James und Sarah. Wo stecken die denn nur alle? Nur ein Vogel. Hallo? Hallo? Ist da wer? Reiß dich zusammen, Trevor. Meine Füße stecken fest. Ich stecke im Schlamm fest. Oh, Hilfe! Oh, Hilfe! Hallo, ihr zwei. Ist Tiger immer noch verschwunden? Es geht nicht mehr nur um Tiger, Charlie. Die Kinder sind noch nicht vom Schulausflug zurückgekehrt, Charlie. Aber der Bus müsste doch längst wieder da sein. Ich rufe besser mal Feuerwehrmann Sam an. Der Schulbus ist nicht vom Schulausflug zurückgekehrt? Und es sind Kinder an Bord? Los! Trevor Evans und die Kinder von Pontypen, die sind nicht vom Schulausflug zurückgekehrt. Jede Sekunde zählt. Komm, Elvis. Bin schon da. Wir sollten Tom Thomas verständigen, Sir. Genau das wollte ich eben gerade vorschlagen, Sam. Jupiter ruft Tom Thomas. Was gibt's, Sam? Wirf den Hubschrauber an, Tom. Wir starten eine Suchaktion nach Trevor Evans' Bus. Alles klar, Sam. Tom Thomas ruft Feuerwehrmann Sam. Hörst du mich, Sam? Ich höre dich sehr gut, Tom. Ich habe den Bus gefunden, Sam. Oben auf dem Bergpass. Trevor scheint von der Straße abgekommen zu sein. Er hat sich sicher im Schlamm festgefahren. Danke, Tom. Wir sind auf dem Weg. Hoffentlich sind alle im Bus geblieben, Elvis. Da draußen kann man sich leicht verlaufen. Ja, ich würde in der Gegend nicht mal tagsüber rumlaufen. Und schon gar nicht abends. Oh, das klingt wie Toms Hubschrauber. Hier, ich bin hier unten. Hallo. Oh, er sieht nicht, dass ich hier feststecke. Norman, machst du dir einen Spaß? Was? Oh ja, da kommt's hin. Juhu! Ja! Jetzt geht's nach Hause. Ich habe Hunger. Ich habe ein paar Lichterketten und einen CD-Spieler und... Oh je, beeil dich mal. Ich dachte, das Zelt würde längst stehen. Aber Norman, es dauert eben so etwas aufzubauen. Jetzt lass mich mal ran, Sarah. Hey, lass los. Gib schon her. Jetzt sieh nur, was du angerichtet hast, Norman. Ach, das wäre doch nie passiert, wenn du nicht so eine lahme Schnecke wärst, Sarah. Das reicht. Jetzt kannst du das Zelt von mir aus alleine aufbauen. Gut, dann geh doch. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nicht wahr, Uli? Uli? Ah. Es riecht so angebrannt. Oh, oh nein, der Kuchen! Oh, Norman! Ich rufe besser Feuerwehrmann Sam! Oh, ein Feuer in der Küche der Flatz, oje. Ein Feuer im Haus der Flatz. Jede Sekunde zäh. Gut, also, wo schließe ich denn nun den Stecker an? Oh, oh, der Kuchen! Hier, Sam! Schnell! Es ist der Ofen, Sam! Ein Kuchen hat Feuer gefangen! Keine Sorge, Mike. Wir kümmern uns darum. Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stell zuerst den Strom ab. Da drüben! Wird gemacht, Sam! Ist erledigt, Sam! Tja, wenn der Kuchen jetzt nicht durch ist, dann weiß ich es auch nicht, Elvis. Huh, huh! Denn Erde stehen Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam. Dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam. Was immer dich bedroht. Sam.